Hallo, ich bin der Alexander Völk, leite hier bei der Firma Bosch den Bereich Kompensation und Benefits. Wie lese ich einen Arbeitsvertrag richtig? Zunächst einmal einen herzlichen Glückwunsch zu deinem Arbeitsvertrag, den du jetzt in den Händen hast. Dann ist dann vieles richtig gelaufen. Im ersten Schritt den Arbeitsvertrag komplett durchlesen. Was ist mir unklar? Was möchte ich noch vertiefend wissen? Notiere dir hierzu die Fragen, geh auf deinen HR-Entsprechpartner zu und kläre diese Fragen. Das ist nicht kleinlich, nicht peinlich, sondern dient dazu, dir Klarheit zu verschaffen. Zunächst ein Arbeitsvertrag der Firma Bosch folgt einem einheitlichen Muster, aber mit individuellen Unterschiedlichkeiten bezogen. Die konkrete Arbeitsaufgabe, die konkrete Gesellschaft, bei der du später arbeiten darfst. Die konkrete Arbeitsaufgabe enthält auch den konkreten Arbeitsort und konkrete Angaben zur Arbeitszeit, als auch zu einem Urlaubsanspruch pro Jahr. Wesentlicher Bestandteil darüber hinaus ist die Vergütung. Was bekommst du für die Ausführung der Arbeitsaufgabe?